Wir haben uns gerade über das Thema Zählen unterhalten und das nicht, weil wir glauben, dass wir alle noch Zählen lernen müssen, sondern weil wir kennenlernen wollten, wie man in einem ganz speziellen System zählt, nämlich dem Binärsystem oder auch Dualsystem, mit dem Computer arbeiten. Das ist wahrscheinlich irgendwie allgemeinwissen unterkannt, dass irgendwie Computer mit Binärsystemen arbeiten, aber jetzt wollen wir uns natürlich auch anschauen oder haben auch schon ein bisschen angeschaut, warum das so ist. Wir sind schon auf das Bit gekommen bei Informationen, haben jetzt gelernt, wie man Zahlen mithilfe des Binärsystems abbildet. Und jetzt wollen wir uns zum Schluss an der Stelle noch anschauen, was sind jetzt eigentlich genau Bits und Bytes und was dann auch danach noch kommt und was hat das mit Computern zu tun, bevor wir dann im nächsten Schritt, und damit schließen wir dann unseren ersten Teil ab zum Thema Repräsentation von Informationen, wo wir dann darüber sprechen, wie können wir jetzt Bedeutung, also was für uns bedeutsam ist, zum Beispiel Buchstaben, Bilder, Videos, Tonaufnahmen oder was auch immer wir mit dem Computer machen, in diesen Bits und Bytes abbilden. Das sind dann die Codesysteme, das wäre dann der letzte Teil in diesem ersten Block. Aber vorher schauen wir uns, wie gesagt, noch die Bits und Bytes etwas genauer an. Und da wollen wir erst die Frage stellen, warum eigentlich binär und gäbe es nicht auch Alternativen? Also warum haben wir uns entschieden, Computern beizubringen, binär zu denken oder binär zu arbeiten, Daten, Informationen binär zu repräsentieren? Und da muss man erst mal sagen, das ist eine Entscheidung, die wir als Menschen getroffen haben, die aber natürlich irgendwie bestimmte Gründe hatte oder hat und wir hätten theoretisch auch, wie wir nachher noch sehen werden, ein anderes System nutzen können oder eine andere Basis. Binär ist ja Basis 2. Wir hätten auch eine andere Basis wählen können. Haben wir aber nicht getan, wir haben binär gewählt und warum haben wir das gemacht? Was ist das Besondere an Binär und warum eignet sich das vielleicht für Computer besonders gut? Hat da jemand Vorwissen oder eine Idee? Was hat das Binärsystem so Besonderes, warum es vielleicht gerade für Computer gut geeignet sein könnte? Ja, es ist im Prinzip, wenn man sich das nächste Bild anschaut, vielleicht etwas klarer, warum. Und wir stellen uns das mal hier vor, wir haben eine Reihe von Glühbirnen oder heutzutage wären das LEDs, die leuchten oder eben nicht an oder aus sind. Und das ist ja das, was wir auch schon des Öfteren gesagt haben bei Bits. Die können wir interpretieren als Ja, Nein. Das war der Anfang, wo wir herkommen mit den Informationen, immer Ja, Nein Fragen. Auf eine Frage bekommen wir entweder Ja oder Nein. Dann haben wir gesagt, Ja, könnten wir als Eins interpretieren oder abbilden und Null wäre dann die Nein-Antwort. Genauso könnten wir auch sagen, Eins ist an und Null ist aus. Wir können diese zwei Zustände beliebig in irgendwas, sagen wir mal, reales mappen in der echten Welt. Und wir haben jetzt hier mal das Beispiel Glühbirnen, wo dann vielleicht Null aus bedeutet und Eins wäre dann an. Da könnte man also so eine Serie von Nullen und Einsen darunter schreiben. Und nun haben wir Glühbirnen oder LEDs und die haben ja eine bestimmte Eigenschaft. Sie arbeiten alle elektrisch und das tun unsere Computer ja auch. Sie sind ja, brauchen einen Akku oder einen Netzstecker, um zu funktionieren. Und bei Elektrizität haben wir auch, genauso wie man das bei Glühbirnen sieht, diese schöne Eigenschaft, dass man sie entweder an- oder ausschalten kann. Wir können also sagen, es fließt Strom oder es fließt eben kein Strom. Und das ist tatsächlich die Eigenschaft, das ist der Grund, warum das Binärsystem so gut für Computer funktioniert. Weil wir letztlich die Geräte über Strom betreiben können und letztlich sagen können, okay, wenn wir Bauteile wie zum Beispiel Schalter hätten, die wir an- oder ausmachen können, dann können wir darüber Null oder Eins abbilden. Und wenn wir Null oder Eins über Schalter abbilden können, dann können wir darüber auch alles andere, was wir sehen werden, was wir mit Nullen und Einsen kodieren später, in Codesystemen dann abbilden. Ja, also die Idee, Null oder Eins ist mehr oder weniger aus der Not heraus oder einfach pragmatisch heraus entstanden, dass man sagt, okay, wir haben Bauteile, wie wir nachher noch sehen werden, die wir heutzutage verwenden. Nennt sich heutzutage ein Transistor. Der ist entweder an- oder aus, den kann ich steuern. Wir können uns das auch als Glühbirne vorstellen, entweder an- oder aus. Strom an- oder Strom aus. Und deswegen sind unsere Computer heutzutage binär. Das ist aber nicht zwangsweise so. Wir können uns auch vorstellen, Computer auf Basis 3, auf Basis 4 oder auf Basis 10 zu erstellen, bräuchten dann allerdings andere Geräte. Das werden wir auch gleich noch uns mal verdeutlichen. Wenn wir also in Computern von diesen Glühbirnen sprechen und sagen, ein Bit ist entweder 0 oder 1, an- oder aus, dann müssen wir uns erstmal kurz noch vergegenwärtigen, dass also jede Glühbirne, jeder Schalter dann ein Bit repräsentiert. Und das ist letztlich die Abkürzung, hatten wir glaube ich noch gar nicht eingeführt. Bit stammt von Binary Digit. Das hat dann auch seinen Sinn. Binäre Ziffer. Binäre Ziffer ist ein Bit und daher kommt der Name, der gleichzeitig die Information misst. Was sind dann 8 Bits? Das ist ja nicht Zufall, dass wir hier 8 Glühbirnen haben. Das haben wir eben auch schon öfter gesagt. 8 Bits, das nennen wir ein Byte. Ein Byte ist also die Zusammenfassung von 8 Bit. Also letztlich auch eine Informationseinheit. Also wir sprechen typischerweise dann über Bytes und Potenzen, Zehnerpotenzen von Bytes häufig, wenn wir über Speicherkapazitäten sprechen. Weiß jemand zufällig, was ein halbes Byte ist? Wie man das nennt, da gibt es auch einen Namen dafür. Steht jetzt hier nicht irgendwo auf einer Folie, aber kann man vielleicht ganz kurz an der Stelle mal besprechen. Also wenn wir nur 4 Bits hätten, das ist auch eine Größe, da haben sich die Informatiker einen Namen für ausgedacht, den man vielleicht mal gehört haben sollte. Das ist ein Nibble. Da hat man vielleicht irgendwo gehört oder liest man irgendwo mal, da weiß man jetzt, okay, Nibble ist ein halbes Byte. Gibt aber sonst eigentlich nirgendwo mehr, hat nirgendwo mehr Relevanz, wo man das jetzt in der Praxis finden würde, dass man über Nibble spricht, aber wenn man es mal sieht, dann weiß man jetzt, was das ist. Genau, und in dem Byte können wir, genauso wie wir es eben mit dem Binärsystem gesehen haben, um zum Beispiel jetzt rauszufinden, wie viele Dinge können wir mit einem Byte eigentlich kodieren. Das haben wir eben schon mal vorher errechnet. Das können wir mittlerweile auch anders errechnen, aber wir können eben auch dieses System, nämlich das Binärsystem, einfach mal als Schema darunter schreiben und sagen, die ganz rechte Glühbirne, die steht jetzt für unsere einer Stelle, das ist die 2 hoch 0, und die Next daneben, da könnten wir sagen, das wäre diese hier, das ist die 2er Stelle, dann kommt die 4er Stelle, dann kommt die 8er Stelle, 16, 32, 64 und letztlich die 128. Dann haben wir ein volles Byte und das gibt uns die Möglichkeit, eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Zahl maximal zu kodieren mit einem Byte. Und welche ist das? Wenn ihr euch dieses Schema anschaut, was ist die größtmögliche Zahl, wenn wir alle Glühbirnen anschalten würden, die wir hier jetzt abbilden könnten? Was wäre, wenn wir alle Glühbirnen anschalten, welche Zahl dezimal käme da raus? Überall eine 1, überall leuchtet die Blühbirne. Es gibt auch einen Shortcut, um das zu berechnen. Das ist immer die nächsthöhere Potenz, minus 1. Wenn ich alle Lichter anmache, sieht man schon, ist die Zahl eine ungerade, weil ich am Ende eine 1 stehen habe. Alles andere sind Zweierpotenzen. Das heißt, es muss eine ungerade Zahl sein. Und die nächste Zweierpotenz wäre... Ja, jetzt hast du dich einmal verrechnet. 128 mal 2 sind nicht 254. 56 also? Korrekt. 255 wäre also die Zahl, die wir hier abbilden würden, im Binärsystem, wenn wir nur alles auf 1 stellen würden. Also diesen Fall hier hätten. Und ja, das wäre die Antwort. What can we store in one byte? Ja, 255 als Zahl. Aber wir haben ja auch die 0, also 256 irgendwas, 256 Möglichkeiten. Und wenn wir wieder über Möglichkeiten sprechen, sind wir wieder bei der Unsicherheit. Also das können wir jetzt wieder umrechnen. 256 als Unsicherheit hatten wir gesagt, Zweierlogarithmus davon, dann kommen wir wieder auf die 8. Das sind also 8 Bits. Und das ist ja auch das, was wir erwarten würden. Wenn wir sagen, wir haben ein Byte, das aus 8 Bit besteht, können wir also auch zeigen, dass wenn wir die 256 Möglichkeiten nehmen, tatsächlich das 8 Bits auch sind, weil das der Zweierlogarithmus aus 256 ist. Also können wir uns schon mal merken, ganz wichtig, ein Byte, 0 bis 255 Möglichkeiten, die wir abbilden können als Zahlen. Also insgesamt 256, ich nenne das immer Slots für irgendwelche Zuordnungen. Und wenn wir nachher über Zuordnung sprechen, können wir da Buchstaben zuordnen und sagen, das große A ist die 65, das ist es tatsächlich auch im ASCII-Zeichensatz, und das große B die 66 und so weiter. Wir könnten uns also überlegen, so Tabellen aufzubauen, wo wir jedem dieser Kombinationen aus 0 und 1 einen sinnvollen Wert zuweisen, der für uns dann eine Bedeutung hat. Und wenn ich das dann einem Programm wie Microsoft Word oder einem Texteditor gebe und sage, hier ist eine riesige Abfolge von 0 und 1 und jedes dieser oder immer in 8er Blöcken musst du dir als Buchstabe interpretieren und schlag bitte in dieser Tabelle nach, dann kann das Programm euer Word-Dokument anzeigen und darstellen, weil es weiß, dass eine Serie von 0 und 1, die 65 kodiert, für das große A steht. Und für alle anderen Zeichen, die wir so verwenden, gibt es entsprechende Kodierung. Aber wie gesagt, Kodierung ist das Thema der nächsten Sitzung oder des nächsten Kapitels. Wir sprechen jetzt hier erstmal nur über die Bits und Bytes und da haben wir erstmal festgehalten, ein Bit, Binary Digit, ist also eine Glühlampe, acht davon nennen wir ein Byte und vier, das ist eine kleine Randnotiz, nennen wir ein Nibbel. Und wenn wir dann gleich noch weitergehen, what comes after the Byte, also was käme jetzt als nächstes, worüber sprechen wir typischerweise, wenn wir jetzt ganz viele Bytes haben und wir wollen nicht sagen, das sind drei Milliarden Bytes, was für Einheiten gibt es da, was kennt ihr so, was habt ihr mal gehört, was käme jetzt nach, was würden wir sagen, für die nächsthöhere Einheit, die wir so in Bytes ausdrücken, was kennt ihr da. Wenn ihr mal auf eurem Computer guckt, eine kleine Textdatei, dann steht da oft eine Abkürzung, so was wie KB, wofür steht das? Kilobyte, genau, das wären Kilobyte und Kilo ist die kurze Schreibweise für, ja wir sind jetzt hier erstmal bei Kiwi, Entschuldigung, Kilo kommt gleich, Kilo wäre die Abkürzung für 1000 und jetzt, wir führen sie erstmal anhand der anderen Schreibweise ein, also, oder vielleicht mache ich es auch andersrum, wir fangen hier an, weil das die übliche ist, die ihr kennt, das ist das, was man so kennt, wenn wir also 1000 Bytes haben, dann nennen wir das ein Kilobyte, ja das ist hier die erste Zeile, Kilo ist also die Bezeichnung für 1000, kennt man ja auch bei Kilogramm, das sind 1000 Gramm und so weiter, das ist bekannt, Kilobyte sind einfach 1000 Byte und das ist 10 hoch 3 und 10 hoch 6 wäre die nächste Potenz von 1000, dann wären wir also bei der Million und dafür haben wir den Begriff Megabyte, mega bezeichnet Millionen, also ein Megabyte sind dann eben eine Million Bytes und wenn man jetzt sagt, okay, Disketten kennen meistens von euch wahrscheinlich nicht mehr, aber so eine Diskette hatte früher 3,5 MB Speicherplatz, dann wissen wir jetzt, wie viele Bytes da draufpassen, wie viele Bits, also wie viele Nullen und Einsen auf dieser magnetischen Floppy Disk gespeichert werden konnten, nicht so viele im Verhältnis zu dem, was wir heute so speichern, also da gehen wir dann eher in den Bereich Giga oder auch, was kommt danach, 10 hoch 12, Terabytes, genau, und das geht dann noch beliebig weiter, Cetabytes und so weiter, das könnt ihr hier auch nachlesen, ich habe hier mal so einen kleinen Link reingepackt, mathe-retter.de, da stehen alle Potenzen von 10 und wie man sie nennt, also wenn man vor allen Dingen diese Zahlen hier aussprechen möchte, hier geht das noch, aber wie man sie dann nennt, Mega, Giga, Terra und so weiter. Das sind letztlich dann 10er Potenzen oder Tausender Potenzen von Bytes, immer Faktor 1000. Genau, und wenn ihr das wisst, so eine Gigabyte, da sind wir im Bereich der DVD, die klassischen DVDs, ich glaube, DVDs ist eher was, was man vielleicht noch kennt, das hat so 4,7 Gigabyte, die klassische einseitig benutzte DVD, also 4,7 Gigabyte, da kann man dann mal ausrechnen, was da so drauf passt und vor allen Dingen, wie viele Bits das sind, also wie viele Nullen und Einsen. Und wenn man sich überlegt, dass eine DVD, also DVDs kennt ihr, ne? Also ich weiß ja nicht, ob die überhaupt noch irgendwo, ich habe keine mehr, ich habe auch keinen Spieler mehr, aber ich kenne sie natürlich noch, ihr habt die auch wahrscheinlich mal in der Hand gehabt. Also eine DVD, CD ist ja letztlich von der Form gleich. DVD ist ein optisches Speichermedium. Was bedeutet das? Es ist praktisch ein Laser, der sich über diese DVD bewegt und kleine, feine Unebenheiten in der Oberfläche misst. Und diese werden als Nullen und Einsen dann interpretiert. Also man kann sich das vorstellen wie so kleine Hügel und eben Stellen, wo keine sind. Und dann immer, wenn ein Hügel kommt, ist es eine Eins und wo keiner ist oder wo es vielleicht runtergeht, ist es eine Null. Genau weiß ich nicht, wie das aussieht, aber es gibt schöne Mikroskopaufnahmen. Also letztlich ein optisches Speichermedium und man kann mal ausrechnen, wie viele, Hügel oder Peaks auf so einer DVD dann tatsächlich eingelasert werden müssen, damit das 4,7 Gigabyte ergibt. Und das kann man sich gerne mal ausrechnen. Das sind sehr viele, 4,7 Gigabyte. Wir hatten hier gesagt, das sind eine Milliarde Bytes und das mal acht, weil wir so viele Bits haben. Also so viele Bums wären das. Acht Milliarden Bums. Das ist auf so einer kleinen DVD schon sehr erstaunlich, wie klein das sein muss. Und das ist ja noch nicht mal die höchste Ausbaustufe. Die Blu-Ray hat noch ein bisschen mehr. Und ja, das ist dann letztlich, kann man sich da mal vergegenwärtigen. Dann komme ich mal zurück zu den Kibi Byte und Mebi und Gibi Byte. Kann man vielleicht auch mal drüber stolpern. Das ist letztlich eine alternative Maßeinheit oder eine alternative Potenzierung von Bytes auf der Basis von zwei. Und da hat man gesagt, okay, eigentlich denken wir in der Informatik gerne in Zweierpotenzen. Und zwei hoch zehn, das sind ja 1024. Und da wurde festgelegt, dass 1024 Bytes, nicht 1000, Kilo wäre 1000, sondern 1024, das nennen wir ein Kibi Byte. Wenn ihr da mal drüber stolpert, dann wisst ihr, das ist, okay, zwei hoch zehn. Und der nächste Schritt wäre dann zwei hoch zwanzig. Das sind dann knapp über eine Million Bytes. Und ihr seht schon, das weicht immer mehr vom Kilo-Pondant ab oder von Megabit, also Mebi-Byte wäre das Pendant zu Megabyte. Ist auch sehr nah dran, aber eben etwas mehr. Und so geht das immer weiter. Sie bleiben sehr nah beieinander, die Potenzen von zwei hoch zehn, 220, 230 und so weiter zu zehn hoch drei, hoch sechs und so weiter. Aber sie weichen dann doch irgendwann stärker voneinander ab. Und das ist natürlich relevant, weil wir wissen müssen, in welcher Größe wird eigentlich Speicher angegeben. Und es gibt tatsächlich leider oft beides. An manchen Produkten zum Beispiel steht was von Gigabyte. Aber in Wirklichkeit, wenn man auf dem Speichermedium schaut, sind es nicht Gigabyte, sondern es sind Gigabyte oder umgekehrt. Und also diese Maßeinheiten werden in der Industrie nicht so richtig trennscharf verwendet. Und wenn ihr mal im Explorer guckt, also im Windows Explorer, oder wenn ihr Mac habt das Pendant und guckt auf so einem Flash-Speicher wie einem USB-Stick, wie groß der ist, dann werdet ihr auch immer sehen, dass die Kapazität tatsächlich abweicht von dem, was auf dem Ding draufsteht. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass der nutzbare Speicher etwas kleiner ist, weil ein gewisser Overhead schon verbraucht wird für die Hardware oder für die Firmware auf dem Ding. Das hat aber auch oft den Grund, dass die Herstellerangabe in entweder Mibi-Byte gemacht wurde und ihr nachher aber im Browser oder im Explorer die Gigabyte seht oder umgekehrt, dass es dann deswegen abweichen kann. Deswegen schaut genau mal hin, wenn ihr mal so eine Bezeichnung seht, was steht da wirklich und es müsste, wenn es eben Giga oder Megabyte sind, müsste das dahinter stecken und wenn es eben Gibi, Mebi oder Kibi sind, ist es dann eben die Zweierpotenz. Und wie gesagt, es gibt da eigentlich keine Vereinheitlichung. Die meisten nutzen die Zehnerpotenz heutzutage. Aber im Informatikbereich, da sind ja dann eher doch auch viele Geeks, die nutzen dann lieber wieder die Zweierpotenz, weil das der Ursprung war und die ursprüngliche Idee, aber es ist tatsächlich, da wir alle eher im Zehner-System unterwegs sind, im täglichen Gebrauch dann doch eher die Zehnerpotenz, die wir finden. Genau, und das ist letztlich eine Maßeinheit, nämlich was nochmal? Information. Information, die wir hier messen, die wir speichern können. In dem Sinne, wie wir Informationen hier definieren. Also nicht alles, was wir speichern, ist zwangsweise wirklich Information, in dem Sinne, wie wir es eigentlich täglich gebrauchen, aber im Sinne von Computern und wie viel Speicher wir brauchen, Informationen, wie wir sie kennenlernen haben, sind das Informationen, weil es letztlich 0 und 1 Bits und Bytes sind. Ja oder Nein Fragen, die wir speichern, beziehungsweise deren Antworten. Ja, are we stuck with binary? Warum binär, hatten wir eben schon geklärt, hat was mit der Elektrizität zu tun, mit dem Schalten von Strom an und aus. Die Frage ist aber, hätte das nicht auch anders sein können und was wäre eigentlich, wenn wir ein anderes System wählen würden? Also wir könnten ja auch überlegen, dass wir ein System nehmen, wo wir drei oder vier Symbole haben. Warum nicht? Also erstmal spricht da nichts dagegen. Wir müssen uns dann nur überlegen, wie wir dann drei oder vier Symbole über irgendein Hardwaregerät oder irgendwas, worüber wir das abbilden, abbilden können. Bei Schaltern ist es relativ einfach. Schalter an, eins, Schalter aus, null. Wir bräuchten eigentlich einen Schalter mit drei Zuständen, um in das nächste System zu gehen. Und tatsächlich gibt es das. Man kann das machen. Und wenn man sich vorstellt, dass wir mit Strom arbeiten, dann haben wir hier mal so einen Chart, wo man sich das mal vorstellen kann, über die Zeit haben wir eine gewisse Spannung, die wir sozusagen hier mal abzeichnen könnten. Und optimalerweise sähe das so aus, wenn wir 0 und 1 inkondieren, könnten wir sagen, Spannung niedrig, also fast aus. keine Spannung wäre eine Null und Spannung hoch. High Voltage wäre eine 1. Das könnte man sich so vorstellen. Und in der Theorie ist das auch so, dass man sagt, okay, es gibt Spannung an einem gewissen Spannungslevel, das interpretieren wir als 1. Und wenn es dann ein gewisses Spannungslevel, also ein niedriges ist, dann interpretieren wir es als 0. In der Realität sieht das dann oft ein bisschen anders aus. Da haben wir ja oft Fluktuationen, weil wir wissen oder werden noch kennenlernen, dass Strom analog natürlich ist. Und bei analogen Signalen haben wir immer die Möglichkeit, Störsignale zu bekommen. Also zum Beispiel, wenn in der Nähe irgendein elektromagnetisches Feld ist, dann wird die Spannung dadurch beeinflusst. Und das haben wir eigentlich ständig. Also es ist nie dieses perfekte, eckige Signal, was wir hier sehen, sondern es ist immer wahrscheinlich eher so eine zugegebenermaßen schlecht gezeichnete Kurve. Die ist hier einfach mal illustrativ. Also wir haben immer so kleine Peaks, wenn da zwischendrin mal ein paar Handywellen reinkommen, dann kann das schon die Spannung beeinflussen. Das heißt, wir haben keine perfekte Umgebung, weil wir in der analogen Welt sind und Störsignale sind einfach überall. Aber dennoch können wir natürlich sagen, es gibt einen gewissen Schwellenwert. Da machen wir eine Linie und sagen, okay, die Spannung muss hoch genug sein, damit wir das als 1 interpretieren und sie muss niedrig genug sein, damit wir sie als 0 interpretieren. Und wenn Sie eben dann diese Trennlinie, wenn wir das nehmen, dann können wir sagen, drüber ist auf jeden Fall eine 1 und drunter ist eine 0. Und dann würden wir diese Bereiche definieren und im Prinzip an bestimmten Punkten, das ist jetzt hier der erste, an dem wir dann messen, um letztlich daraus eine digitale Repräsentation zu machen, würden wir hier messen und gucken an dem Zeitpunkt, aha, da sind wir also deutlich in dem unteren Bereich, das würden wir als 0 interpretieren. Wenn wir hier messen, dann sind wir deutlich im oberen Bereich, das würden wir als 1 interpretieren. Und wenn wir hier messen, dann könnten wir das als 0 wieder interpretieren. Und so könnt ihr euch vorstellen, wenn über die Zeit, über ein Kabel, Strom, Anstrom ausfließt, könnten wir das genauso machen, dass wir bestimmte Intervalle haben, in denen wir messen und dann eben das, was wir gemessen haben, interpretieren als 0 oder 1. Und so könnten wir darüber Daten übertragen, als Binärzahlen. Das funktioniert bei zwei Symbolen eben, so wie hier dargestellt, relativ gut, weil wir da sehr trennscharf zwischen zwei Symbolen unterscheiden können. Also entweder ist die Spannung niedrig oder sie ist hoch. Dennoch können natürlich Fehler passieren. Das heißt, wir müssen auch immer Fehler, also Abfangmechanismen für entsprechende Fehler mit einbauen bei der Kommunikation, wenn wir über bestimmte Medien kommunizieren. Aber diese fangen, da stellt man sicher, dass man im Prinzip beim Empfangen so eine Art Prüfsumme hat, dass die Nachricht auch wirklich Sinn ergibt. Und wenn sie das nicht tut, dann wird sie einfach nochmal gesendet. Das kann passieren, aber im Grunde passiert hier bei diesen digitalen Übertragungsmöglichkeiten wenig Fehler, weil wir eben sehr gut zwischen diesen beiden Werten unterscheiden können. Also niedrige Spannung und hohe Spannung. Das wäre jetzt, wenn wir die Basis, darüber hatten wir eben gesprochen, warum machen wir nicht Dreiersysteme? Also da hätten wir ja viel mehr Informationen, weil wir wissen ja, dass wir mit drei Symbolen mit der gleichen Anzahl Stellen viel mehr Informationen übertragen können. Wir könnten also dann viel kürzere Nachrichten machen, wenn wir also drei Symbole hätten, also 0, 1 und 2. Und tatsächlich ist das so und wenn wir noch höher gehen, wird das immer mehr an Informationen mit immer kürzeren Nachrichten. Aber es bedeutet auf der anderen Seite eben auch, dass wir dann unseren Spannungsbereich, wenn wir da mal bei dem Beispiel bleiben, in drei Bereiche einteilen müssten. Das wäre dann hier eben ganz unten 0, in der Mitte wäre 1 und dann käme die 2. Dann könnten wir das genauso machen und sagen, dass wir eben die jeweiligen Bereiche und bei 4 wäre es dann eben so und bei 5 so. Das heißt, unsere Bereiche werden immer kleiner und wir könnten dann aber das gleiche Vorgehen wählen und immer messen, wo befindet sich die Spannung gerade in diesen gleichen Abständen und dann sagen, okay, wenn die Spannung in dem Bereich ist, dann interpretieren wir das als 3, wenn es in dem Bereich ist, als 4 und so weiter. Aber ihr seht schon, was das Problem vielleicht ist, wenn wir nämlich berücksichtigen, dass wir Störfaktoren haben. Und dann sehen wir, dass bei kleineren Bereichen immer schneller mal ein Störfaktor dazu führt, dass wir in den nächsten Bereich gelangen oder sogar in zwei Bereiche darunter oder eben diese Störungen eine Auswirkung haben auf das letztlich interpretierte Signal. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. In diesem Fall seht ihr, dass, wenn wir das mal kodieren würden, wäre der erste hier in dem Intervall der 1, also das würde man als 1 interpretieren, der zweite wäre eine 2, alles schön sauber, bis wir dann zur 3 kommen, wo wir dann nicht ganz sicher sind, ob das wirklich eine 3 sein sollte oder ob das nicht einfach nur ein Störsignal an der Stelle war, der uns in das Intervall der 3 geschubst hat in dem Moment, wo wir gemessen haben. Schwer zu sagen, aber das generelle Takeaway hier ist, umso mehr Unterschiede wir machen müssen bei der Messung, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch mal falsch liegen oder dass wir ein Störsignal bekommen, das uns eine falsche Messung erzeugen lässt. Das ist das Problem. Und das ist der Trade-off letztlich auch, wenn wir sozusagen in ein höheres System wechseln. Bedeutet, wir brauchen weniger Hardware. Warum? Wir haben eben gesagt, Binär ist ein Schalter. Könnt ihr euch vorstellen, Schalter an, Schalter aus. Das ist tatsächlich das, was in euren Computern verbaut ist. Milliarden davon auf einem kleinen Mikroprozessor. Transistor genannt, diese kleinen Bauteile. Aber die sind praktisch binär. Null oder eins. Schalter an oder aus. Wenn wir die jetzt so bauen, dass sie drei Zustände abbilden können, dann bräuchten wir viel, viel weniger davon, weil wir dann mehr Informationen gleichzeitig in weniger Hardware packen könnten. Wir könnten mehr Speicher in so ein System auf Basis 3 packen. Wir könnten aber auch die Verarbeitung schneller machen, bräuchten weniger Hardware. Das wäre natürlich ein Vorteil. Das heißt, wir hätten eigentlich einen Grund zu sagen, wir wollen das machen, mehr Symbole, dafür weniger Hardware. Auf der anderen Seite werden die Messgeräte oder die Geräte, die wir brauchen, komplexer. Also so ein einfacher Transistor ist wirklich sehr simpel. Besteht aus, wie wir sehen werden, nachher einfach zwei Bereichen, zwischen denen Strom fließen kann, wenn Strom angelegt wird. Und das ist relativ simpel, an oder aus da zu unterscheiden. Da brauchen wir nicht viel. Die sind winzig klein. Die können wir auf einen Chip, wie gesagt, milliardenfach drauf bekommen und sind deshalb sehr klein. Wenn wir jetzt komplexere Hardware haben, wo wir drei Unterschiede machen müssen, oder sogar vier oder fünf, dann wird das natürlich entsprechend komplexer und vielleicht auch größer und teurer. Und wir bekommen wahrscheinlich gleichzeitig mehr Fehler. Also, dass unsere Computer nicht mehr so präzise arbeiten, beziehungsweise wir mehr Fehlermechanismen oder Abfangmechanismen haben müssen. Das ist der Trade-off. Und deswegen hat man, da gibt es auch ein schönes YouTube-Video von Computerphile. Computerphile ist eine Videoserie, die erklären Phänomene in der Informatik. Da gibt es auch die Historie dazu, warum man sich letztlich für dieses Binärsystem entschieden hat. Und dass es durchaus Überlegungen gibt und gab, auch andere Computer zu bauen. Und ein ganz kleiner Ausblick, Quantencomputer, die sind letztlich Computer, die auf anderen Systemen basieren. Da habt ihr praktisch nicht mehr das klassische Bit, 0 oder 1, sondern das Qubit. Und das kann mehrere Zustände gleichzeitig annehmen. Und das hat dann eine ganz andere Rechenart und Rechenart und Weise als unseren digitalen binären Computer heute. Das aber nur als kleiner Ausblick. Und das ist der Punkt oder der Grund, warum wir mit Bits und Bytes arbeiten. Nochmal zusammengefasst, Elektrizität ist einfach an oder aus, hat natürlicherweise zwei Zustände. Wir können natürlich sagen, okay, es gibt mehr oder weniger Spannung, die könnten wir messen, wird aber komplizierter dadurch. Kleine Transistoren, die wir nutzen, früher übrigens nicht Transistoren, sondern davor waren das mal Röhren, also die man auch noch in Radius findet, oder mechanische Geräte, wie zum Beispiel Relais, die können das auch, sind dann aber natürlich sehr laut und langsam und groß, sind die gleiche Funktion, also letztlich ein Schalter, den man elektronisch an- oder ausschalten kann. Und die sind sehr einfach zu bauen heutzutage. Also die Transistoren auf unseren Chips sind einfach sehr einfach zu bauen und sehr kostengünstig zu bauen. Und deswegen gibt es im Moment keinen Grund, von Binär abzuweichen. Und deswegen sind die meisten oder alle Computer eigentlich heutzutage basierend auf dem Zweiersystem. Und rechnen und speichern Informationen in diesem System. von Binär abzuweichen. Von Binär abzuweichen.